Oh, da muss ich aufpassen. Ja! Rennen! Ja! Jai, 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 jai! Ja! Ich bin sehr sorry. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn Sie wissen, was ich bin. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle aussehen. Ja, äh. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unsauber ist, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Uffersleutnant. Ja, das werden wir bald wissen. Mach jetzt hin, da alte Schachtel. Ich hoffe, der zum Dachzeit. Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass es Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weiter. Ich sage Ihnen etwas. Wären Sie nicht sauber gewesen, hätten Sie zur Waffe gegeben. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen. Sie lieben es, diese Bilderreize mit wildfremden Männern zu spielen. Alter, wo geht der dir denn hin, da, ey? Nimm die Finger da weg. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nicht. Davon abgesehen kann ich einen verdorbenen Geist mit bloßen Augen erkennen. Wazum? Guck dir das an, was für ein verdorbenes Biest. Ich nehme mal an, wenn seine Abteile wartet einen hübschen Damen auf. Ha. Lass mich bleiben. Vergessen Sie den Kaffee, für Ihre Freunde. Tja. Wir sehen uns noch, Helm. Oh. Berlin, 11. Oktober 1960. Nächsten Monat wird die dynamische Viererkapelle auf der Bühne des weltberührten Volkssaals Musik von ihrer neuesten Schallplatte, das blaue U-Boot, zum Besten geben. Karten für die Vorstellung waren in Rekordzeit ausverkauft. Die Reaktion auf die letzte Schallplatte waren einfach phänomenal, sagte Wolfgang Trapper, der Agent der Gruppe. Die Käfer, die letzte Woche in Schwierigkeiten gerieten, als sie vergaßen, dem Staatsoberhaupt vor ihrem Konzert zu danken. Haben außerdem bekannt gegeben, dass sie die Hauptrolle in der neuen Fernsehsendung über die Abenteuer einer weltberühmten Sängergruppe spielen wollen. Wer, 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 wer. Oh, Mann. So, dann gehe ich mal ins Abteil mit dem schönen Morgen Kaffee. Hier rein. Ja, ich bin ja schon drin. Kaffee ablegen. So, Gespräch und Kaffee. Ist der für mich? Ja. Na klar, wenn du mich so fragst. Oh ja. Bisschen mehr Action, ja? Nicht so langsam. Manchmal Weihnachten, manchmal ein Geburtstag. Greif hier mal an die Möpse. Manchmal Zerstörung. Die hat aber kaum Titten, ey. Und manchmal braucht man einfach etwas Gutes. Das ist definitiv was Gutes. Dort haben wir exakt zwei Stunden aufgeregt. Er scheint, wir sind angekommen. Äh. Das ging jetzt aber schnell. Der Geheimpolizei ist hier in Berlin berüchtigt. Dorthin bringen sie Gefangenen zum Verhör. Foltern sie. Dann bringen sie sie zurück nach Eisenwald. Modell freigeschaltet. Anna Olivia. Kommt da. Anna Olivia. Als Tochter einer polnischen Arztfamilie war Anja auf einem Weg ihrer Doktorarbeit in Echologie abzuschließen. Der Krieg zwang sie jedoch ihre akademische Laufbahn abzugeben und sich stattdessen in der von der Familie betriebene Nervenklinik zu engagieren. Dort arbeitete sie als Oberschwester und kümmerte sich aufopfernd um ihre Patienten bis der Regime kam und die Einrichtung schloss. Ja, das ist das, wo wir waren, nicht? Ja, 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 so ist das schön. Weiß ich nicht. Ähm. Da will ich doch gar nicht hin. Das ist wohl Berlin. Das ist wohl Berlin. Ja. Hm. Guten Morgen, verehrte Bürger von Berlin. Heute ist Donnerstag. Es ist ein wunderschöner Morgen. Ein neuer herrlicher Tag in unserer herrlichen Hauptstadt. Ein jeder von Ihnen hat Großes für die Heimat zu erledigen. Ich möchte Sie daran erinnern, liebe Bürger. Wenn Sie mit Ihrem Tagewerk beginnen, so bleiben Sie den Werten Germaniens treu. Als Teil Germaniens sind Sie Teil eines glanzvollen Volkes. Germanen handeln mit Stärke und Ehrgeiz. Germanen hassen Schwäche und streben nach Perfektion. Germanen sind ehrbar und anständig. In Gedanken wie auch in ihren Taten. Germanen sind ein begehenswerter Teil der Menschheit, die Sie mitbestimmen.